Versuch ihn Mitte zu bringen. Bring ihn sogar Mitte. Das war ne Vorlage. Man schreibt wenigstens, das ist ein cooles Spieler. Es schreiben immer nur die Gewinner, GG. Hast du schon mal aufgefallen? Dich geh. Okay, danke. Boah, die hatten Angst. Da kam der Kracher gerade. Ich kam aus der zweiten Reihe. Das war wie bei Kick-Offs. Gerade habe ich hier so angesetzt. Die werden alle mit ins Tor geflogen. Okay, drei Wins. Das fängt gut an. Drei Wins. Einfach Patrick Wins. Stabil. Ja, aber das Spiel ist schon hart, was hier so die Wins angeht. Er ist dreimal gewonnen und ziemlich einmal abgerankt. Na ja. Du, ich geh, ich geh, ich geh. Du, ich geh. Die Rosen sind immer uncool, du. Da sind wir ein bisschen blau. Ja, ich war gerade auch verwirrt. Ich muss auch immer kurz registrieren, welche Farbe wir haben und welche Richtung unser Spiel so gehen wird. Er ist wirklich ein Fiesling. Das ist ein gemeiner Mensch. Wir haben das erste Mal gefordert, weil der geht doch lieber so ab. Die ging über alle ja nicht schlecht ab. Ja, das zieht. Oh, Mist. Ja, du kleiner. Warum wenn? Nein. Ja, ich konnte nicht gut drehen. Ich habe einmal zu viel. Hat der Ron hier das Stellungsspiel von meiner Oma? Ja. Ich will gar nicht wissen, welche Stellung deine Oma macht. Also ganz ehrlich. Das Stellungsspiel, du Spaß. Das war nicht in irgendwelche sexueller Richtung gemeint. Ich geh. Okay. Du bist einfach nur ein Ekelhafter. Ich habe auch überhaupt nichts für Stellung in sexueller Hinsicht gesagt. Alter, jetzt bringe ich ihn um und kann nicht mal Kapital draus schlagen. Er hat sich geopfert. Das ist da so. Ich habe ihn hier vorgelegt und muss nur noch machen. Was war das so eine Vorlage? So eine oberkrasse, geniale Vorlage. Oh ne, hässlich. Ja, wollen sie unsere Tore belagern oder was wollen die? Was wollt ihr, Jungs? Hä, wot, wot, wot? Ich nehme sie mit. Ich nehme ihm etwas zum Spielen. Bringst du ihn oder machst du? Ja, aber da ist es ein bisschen arg schwungvoll geworden so. Ich kann nicht ran. Ja, es war ein bisschen schwierig von da. Naja. Ich spiele ihn raus. Boah, okay. Ja, aber so sicher scheinen die mir teilweise auch nicht. Schade, der wäre schön. Ja. Warte, was machen sie? Oh ne, da war ich so. Oh. Mach ihn. Jawoll. Die sind nicht so stark. Die kippen mal richtig hart rum. Die kippen mal richtig hart rum. Die kippen rum wie wir. Ja, wollte ich auch sagen. Genau so mit anderen Sex können das auch genauso wir sein. Na. Hau ihn du raus. Nein. Ich mach. Ich kenn. Oh, ich hab ihn rechts gemacht. Du bist natürlich wieder links. Na gut, das ist 50, 50. Oh nein. Der hat mich hier berumpelt. Aber sich selbst auch. Boah, den habe ich gut gehabt. So ein Hund. Ja, ich komm ran, aber der kommt nicht so mega gut. Oh oh. Geht aber nicht rein. Nee. Nice. Ich nehm ihn mit. Oh Mist. Schon gedacht, ich könnte ihn überspielen. Gönnt ihr. Geh raus. Und v. Oh, wenn er den verpasst, Jungs. Dann sieht's bitterbös aus. Und er kommt. Okay, ein bisschen arg. Bisschen arg schwach. Ich bleib dran. Ich bin immer noch mal mehr. Ich bin immer noch mal mehr. Was tun sie? Oh, Mann. Oh. 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 Ich wollte ihn so anschippen mit der Kante. Der wird direkt aufs Tor gekommen. Oh no. Oh. Das sind ja mit der ein oder andere Slapstick-Einlage gut. Das ist nicht so schön. Nice. Oh. Oh, Mann. Fuck. Ja. Vorbeigefahren. Oh. Oh. Die sind voll scheiße, Mann. Die anderen zwei waren viel besser. Oh. Not gegen Elend, Alter. Not gegen Elend. Jetzt. Jetzt. Jetzt vernichten wir sie. Okay. Das war safe in the last second. Ja. Aber immerhin safe. Ich komm. Ich komm. Ich komm. Nein. Sorry, Alter. Das hätte ich machen müssen. Leg mich im Arsch. Weg, 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 weg. Okay. Ach, Mann. Ich wusste es nicht. Komm voran. Ich lass ihn einfach. Dann hat er schlechtere Pose. Achtung, Achtung. Du musst ihn retten. Ja. Ich hab ihn abgewehrt, aber... Ja. Oh, das ist Luck-Spiel. Das ist wirklich nur so Billo-Gebimse. Du gehst, du gehst. Zwei anderen besiegen wir, die deutlich besser sind als die beiden. Nein, ey. Ich hab auch echt die Präzision von so einem blinden Elefanten. Komm mit, der kommt eigentlich wunderschön. Aber okay, du bist rückwärts. Nein. Jetzt reicht's. Wie viel Pfosten hab ich eigentlich getroffen in dem Spiel, Alter? Es ist echt, es ist wirklich hier. Wen hätten wir jetzt auch nicht verdient. So nicht. Doch, wie viel Schüsse wir hatten. Es war ja zweistellig, was ich da in Pfosten genagelt hab. Boah, das Spiel soll sich mal ganz dick hier... Ach, was auch immer, Denkzeug. Ich bin grad wieder Liga 2 runter. Äh, Liga 2 runter. Also, die müssen wir eigentlich zerstören. Zerstören, heißt das. Die werden so derb penetriert. Ich bin im Penetrationsmodus, mein Freund. Black Mamba ausgepackt. Der war. Ich bin aggressiv. Ich bin aggressiv. So. Teufelsdreier. Oh ne, der hat diesen nervigen Boost, der so Bass abspielt. Boah, der geht rein, wenn du nicht rankommst. Na. Ja, hab ich ihn ja abgewehrt. Da hab ich ihm... Das ist jetzt aber schöne Möglichkeit. Gehst du Mitte? Gar nicht, ja. Bin unterwegs. Musst ihn an... Dingsen. Sonst hätte er mal abgefangen. Schwierig für mich zu holen. Bis wieder Mitte. Aber... Das ist so ein kleiner, kleiner... Kleiner Superman, der so rumfliegt. Nice. Ich geh. Ich hab Vollboost. Ich hab ihn, ich hab ihn. Oh. Oh. Der ging jetzt rein, wenn ich denn die Karre gefahren bin. Ja, ich bin nicht auf dich. Doch, 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 doch. Na, nein. Nix ist es. Es sah so aus, wie wenn es so voll abgelenkt hätte. Das hat der Roll schon so geplant, Mann. Ja, logisch hat er das geplant. Rechts. Das ist deine Seite. Sehr schön. Oh, fast. Ja. Okay, fast. Ja. Fast um 15 Meter. Ah, deiner. Wo bist du? Von rein. Oh, der hat verlockt. Die Richtung hat perfekt. Stimmt eigentlich. Versuch ihn Mitte zu bringen. Bring ihn sogar Mitte. Ja, das war eine Vorlage, oder? Oh, ich google das. Wie gesagt, Vernichtung. Ich geh. Ja, ich hab's gesagt. Penetrationsmodus. Sehr schön. Das sieht schon mal wieder gut aus. Ich bringe Mitte. Okay, das war ein bisschen, ein bisschen egoistisch Mitte. Oh. Alles gut. Ich hab wieder 100 Boost. Ich, ich eher nicht so. Ich hab mein Mikro grad so blöd gedreht, dass ich nicht mehr sehe, wieviel Boost ich hab. Ja, und cool. Ich hab grad so gedacht, hab ich jetzt 100 Boost oder 0? Alter, das ist echt räudig. Das zählt. Solche Tore sollten nicht zählen. Alle im Weg, ne? Solche Tore sollten nicht zählen, weil wegen, weil wegen Gammel. Ich geh. Okay. Okay, das ist meine Seite. Oh no. Alter, wie's mein Auto zerlegt. Das ist ja echt schon... Ich geh hin. Oh, ja, er hat mich voll gerammt. Das war echt. Ich hab ihn auch noch weggerammt. Genau. Dann... Rächt mich. Rächt mich. War ganz gemein. Das ist schlecht, Freunde. Nein! Das ist echt schlecht! Das ist echt schlecht! Ich hab uns vorankündigen. Ich hab keinen Boost! Ich hab keinen Boost! Puh! Ich hab doch schon angekündigt, dass schlecht ist. Ich mach's wieder gut. Ich... ich vernichte sie dafür. Alter, diese... kleinen... fiesen Lackers... Nein! Nice. Gutes Stellungsspiel. Sehr gut. Alter. Ja, also... Ich halt meine Karre in den Scheißball und hoffe, dass sie irgendwie reingehen. Wenn ich nicht in der Lage bin, irgendwie mehr Chancen zu kreieren. Du bist dabei so... Blöd runter durch... Also... Ja, gut. Ich hab mich mit gerechnet, dass er hier schießt. Ist so... Ach... Rechts. Er schießt. Alter, sein Ernst. Kann's nix machen. Der Ball hat bei mir so geleckt. Der ist auf der Stelle. So hat er sich gedreht. Ich kämpf. Wo bist du? Oh. Kommt vor. Ja, ich bin hinten. Ich... Kann ich probieren. Alter, das gibt's doch nicht. Alter. Ja. Drücken wir ihn halt so rein, dass er sich den Dinger selber macht. Mach's dir selber, Junge. Mach's dir einfach selbst. Du... Ich... Ne, nicht richtig. Mist, ich muss es gehabt. Das ist ein schönes Stunches geworden. Der geht auch nicht rein. Nein, nein, der ist ja geleckt. Oh. Oh. Oh! Oh! Warte, nein! Der ist dieser Posten und diese Latte. Die sind einfach nur richtige Missgeburten. Puh. Alter, meine Nerven. Das war doch alles geplant. Das war einfach nur, um ihr Sieg kaputt zu machen. Ja, eben. So Drama. Genau. Haben wir davor abgesprechen, Leute. Da haben wir einfach alles abgesprochen. Ich hab das schön rausgelegt, aber das ist jetzt blöd. Ich geh hin. Okay, das ist echt blöd von mir. Ich hab wenig Boost, aber... Ich hab voll Boost. Ich hab'n, ich hab'n. Okay. Hab' ich mich hier mal teamdienlich zurückgehalten. Denk' ich hätt' ihn auch machen können. Wird's aber bessere Posi. Aber ich hab' mich jetzt mal auf dich verlassen. Ich hätte aber auch den Kopf abgerissen, wenn du daneben geschossen hättest. So wie du die letzten 15 Mal? Ey, Alter! Du gehst, du gehst. Wer hat gerade den aufs freie Tor daneben gemacht? Ich wollte nur Vorlage machen. Ich wollte nicht schießen. Jawohl, du hast ihn getötet. Sehr gut. Sehr gut. Er spielt nie wieder. Er spielt nie wieder. Ich hab's doch gesagt. Penetration. Keine Chance. Keine Chance einfach gegen die geballte Angriffswalze. Auch wenn er mich jetzt tötet. Er siegt. Er siegt. Der Sieg lebt für immer. Oh, ich bin wieder Liga 3. Grandios. Geil. Wann geh' ich mal Gold? Das ist eigentlich voll unfair. Du bist schon viel weiter. Der Kommentar mit. Die spielen nie wieder. Okay, ich geh. Okay. Okay, keep it up, man. Let's go. All yours. All yours. Ja, jetzt haben sie ein bisschen blöd auf die andere Seite gespielt. Oh, der war ein bisschen hässlich. Aber den hat... Den hat die Torfrau hinten. Oh, ich war jetzt völlig verwirrt. Wir sind ja auch Angst. Not bad, not bad, dude. Ich war grad voll. Super, der hat mich weggedrückt. Oh no. Oh no. Oh no. Bring's noch, pass noch. Ne, was machst du jetzt? Bitte. Ich hab' mich selbst geohnt. Hab' ich gesehen, vor Weitem. Und ich erkannt, was du gemacht hast. Ich wollte mit Fallrückzieher klären. Ja, das lassen wir schön den Prost. Ne, das gelingt mir ab und zu schon. Aber wenn's mir nicht gelingt, dann ist halt blöd. Alter. Jetzt hört mal auf. Jetzt pack mal euer Lack ein, ja, und nimm's dir da mit. Ihr Elenden. Wir spielen aber auch sehr, sehr offensiv ausgerichtet, möchte ich grad mal sagen. Ja, und das macht er rein, ne? Naja. Was fällt ihm ein? Ja, wir haben beide grad ziemlich blöd auf der gleichen Pussy. Nicht mal ein Profilbild hier drin haben und dann so einen auf dicken Max machen. Ich geh. Ich hab' auch keins drin. Egal. Du musst ihn nehmen. Ist leider nicht ganz so gut platziert. Ich geh, ich nehm' ihn. Ja, hier passt doch perfekt. Nimm weiter. Nimm du weiter. Na gut, warte. Ich mach' ihn. Ich mach' ihn. Okay. Ist ein bisschen too late. Aber der könnte nochmal ganz heiß werden. Der kriegt aber auch jeden, der kleine Lump. Ja, jetzt egal. Scheißegal. Lass' ihn, lass' ihn, lass' ihn mir. Oh, schön. Oh, Alter! What the fuck? What the fuck? What the fuck? Ah, den krieg' ich nicht so aus dem Winkel. Aber so krieg' ich ihn. Ohhhh! Bin ich jetzt über dich drüber gestolpert oder was? Ne, 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 ne. Du hast ihn schon getroffen, wie du wolltest. Oh no. Ja, ich warte' ich. Gefahr. Überzug, den musst du jetzt haben. Du hast ja alle Zeit. Ich hab' keine Zeit. Ich muss die so'n Sprung machen. Weg, 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 weg. Okay, ja. Wieso? Der kommt doch wunderschön. Jetzt mach' ihn! Er segnet sich selbst rein! Ist das denn die Möglichkeit? Boah! Boah! Hab' ich das geil vorbereitet? Guck' dir das an, Fallrückzieher! Easy! Bam! Vorgelegt! Wie aus dem Lehrbuch. Das ist so... Du. Das ist... Rocket League Lehrbuch. Aber meinst du, wir sollten eigentlich gar nicht mehr diskutieren? Wir machen Guides einfach. Wir machen aber jetzt Guides. Wir ändern das Geschäftsmodell. Schade. Was? Ich hab' die ganze Zeit auch so weggekickt. Soll' ich so schade, hab' ich nur drauf... Lass mich, lass mich, lass mich, lass mich! Ja, direkt drin. Außen! Oh! Deiner? Schalte. Hast du? Ja, nur so. Nicht gut. Ich guck' ihn, dass ich ihn in Mitte bringe. Oh, perfekt! Nein! Ein bisschen zu direkt. Da hat er auch irgendwie mit gerechnet. Ich hätt' damit nicht gerechnet. Nein! 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 Ich nehm' ihn, ich nehm' ihn, ich nehm' ihn. Ich wollte sicher gehen, weil er war schneller. Du musst reden. Ja, ja, aber ich hab' ja Auge gemacht. Ich hab' Auge auf Ball. Ja, das bringt noch nichts, wenn ich sag' ich gehe und dann abbremsen muss. Du wirst es nicht bekommen, oder? Doch, hätte ich. Ich mach' Ich sag' ich gehe. Ich gehe. Jetzt war' zu spät, da hatte ich schon den Befehl... Oh nein! Ja. Da hatte ich schon Befehl in mein Brain abgeschickt. Ja, aber versuch' mal mit mir zu reden. Ja, sicher, aber komm' mal, wenn ich im Sprung schon bin, so... Du triffst teilweise auch einfach Entscheidungen, die musst du eben treffen oder nicht treffen, innerhalb von... einer zehntel Sekunde. Du! Kommt rechts. Kleiner Elendling. Dafür nehme ich dir den Boost weg. Und deine Frau. Ich wusste nicht, dass du da kommst. Sollen wir da was draus machen? Oh, Mist. Oh, der kommt mega hässlich. Nix gibt's. Dein Opportunist. Oh, perfekt! Kommst du durch? Ja, er hat mich geblockt. Kann aber Mitte bringen. Hm. Ne, doch nicht. So, der kommt wunderschön mit dir. Ich hab geblockt. Ja, zu schön. Ich probier' nochmal Mitte. Oh, Kracher aufs Tor! Den hab' ich, den hab' ich, den hab' ich, den hab' ich. Nice! Puh! Der war unerwartet hart aufs Tor gebracht, da von der Seite. Nice. Da ist aber auch keine Tausendstel zu spät kommen dürfen. Okay. Na ja. Was macht der da? Mitte, Mitte! Boah! What the fuck! Alter, Kracher! Bam, Junge! Eiskalt! Bam! Und ne coole Combo und du gehst. Liebe! Ich nehm' ihn. Okay. Fuck, man wird verwitscht. Oh oh. Schön. Schön, 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 schön. Der war sehr, sehr wichtig. Fliegt der ins Nirvana. Oh. Ich nehm' ihn. Der kommt nicht hier ran. Ich komm ran. Der kommt sogar sehr schön. ich würde zum pc mein mikro zerlegen und alles zerlegen er spammt auch nur noch so fuck 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 es ist fertig ich denke ich bin 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 Das war's für heute. Untertitelung des ZDF für funk, 2017